Wir haben ihn gerade im Beitrag gesehen, jetzt ist er mir aus Berlin zugeschaltet, der designierte regierende Bürgermeister, Kai Wegner von der CDU. Hallo und Grüße nach Berlin. Schönen guten Tag. Herr Wegner, designierter regierender Bürgermeister, das ist so das, was die Kolleginnen und Kollegen heute sagen. Ich glaube, das ist was, womit sie auch erstmal leben können. Was ich mich aber frage in dem Zusammenhang noch davor, steht ja unter anderem noch ein Mitgliederentscheid von der SPD. Wie groß sind Ihre Sorgen deshalb? Ich glaube, das alles entscheidende ist, jetzt erstmal zu kommunizieren in beide Parteien, in die CDU, aber natürlich auch in die SPD, was wir in diesem Koalitionsvertrag formuliert haben und gemeinsam erreicht haben. Wir haben Vertrauen aufgebaut, in den letzten Jahren wurde viel gestritten in Berlin, im Senat. Da ist relativ wenig passiert. Man hat sich gegenseitig blockiert und das wollen wir ändern, gemeinsam. Und ich glaube, wenn die Mitglieder von CDU und SPD sich diesen Vertrag durchlesen, wird man sehr deutlich erkennen, dass es gut für Berlin ist, wenn wir die nächsten dreieinhalb Jahre jetzt anpacken, die Ärmel hochkrempeln und dafür sorgen, dass Berlin funktioniert. Es ist gut für Berlin, dass wir diese beiden Parteien sich jetzt gefunden haben und gemeinsam anpacken. Herr Wegner, Sie haben das Stichwort Vertrauen genannt. Auf Vertrauen wird es dann wahrscheinlich auch ankommen, wenn Sie in einer neuen Regierung, künftigen Regierung, dann mit Ihrer Amtsvorgängerin, so wird es ja dann darauf hinauslaufen, Franziska Giffey, die möglicherweise ja auch einen Senatorinnenposten bekommt, zusammenarbeiten müssen. Was halten Sie denn von dieser Konstellation, quasi die alte regierende Bürgermeisterin zusammen mit dem dann neuen regierenden Bürgermeister? Ich kenne Franziska Giffey schon viele Jahre und wir haben uns ja damals im Bundestag sozusagen noch kennengelernt, jetzt anderthalb Jahre in unterschiedlichen Rollen. Und wir haben in den letzten 25 Tagen, gerade in den Koalitionsverhandlungen, sehr viel Vertrauen nochmal aufgebaut. Übrigens nicht nur wir beide, sondern die Verhandlungspartner von SPD und CDU gemeinsam. Da ist was entstanden und wir haben nicht immer die gleiche Auffassung, das wäre ja auch merkwürdig, aber wir haben ein gleiches Politikverständnis. Wir wollen lösungsorientiert, pragmatisch jetzt die Probleme, die Herausforderungen unserer Stadt angehen und die Chancen, die Berlin hat, die enorm groß sind, die endlich nutzen für die Berlinerinnen und Berliner. Und deswegen freue ich mich wirklich auf die Zusammenarbeit mit Franziska Giffey, aber auch der gesamten SPD. Und Sie wollen dann am Ende einen Koalitionsvertrag umsetzen, der unter dem Motto steht, das Beste für Berlin. Jetzt habe ich da ein bisschen reingelesen. Da steht was drin über gleiche Chancen für alle Kinder im Bildungsbereich. Da steht was drin über moderne Technik für Polizei und Rettungskräfte. Da frage ich mich, ist das nicht eher das Mindeste für Berlin und nicht das Beste? Naja, das Mindeste hat aber in den letzten Jahren nicht so richtig funktioniert. Wir haben ja viele Punkte jetzt formuliert, die in den letzten Jahren nicht so richtig vorangekommen sind. Schauen Sie sich das Bildungssystem an, aber gerade auch die Ausstattung von der Polizei. Da wurde viel gestritten. Die Innensenatorin wollte gerne, die SPD-Innensenatorin, Iris Spranger. Und die Koalitionspartner haben das ausgebremst. Und die Berliner Polizei kann sich jetzt darauf verlassen, wenn diese Koalition zustande kommt, dass eine Wertschätzung, Respekt und Anerkennung für unsere Polizei da ist. Die machen einen schweren Job in Berlin und sie kriegen jetzt guten Rückenwind, aber auch eine moderne Ausstattung für ihre schwere Arbeit. Und an den Schulen werden wir dafür sorgen, dass das Bildungssystem in Berlin kostenfrei bleibt. Ich glaube, wir werden auch dafür sorgen, dass die Kinder in Berlin gute Chancen haben, Aufstiegschancen, dass das Aufstiegsversprechen wieder gilt, egal wo man herkommt, dass man wirklich eine gute Chance im Bildungssystem hat. Und das schafft man mit einer besseren Qualität in den Schulen. Und ja, da wird eine Menge passieren, gerade im Bildungsbereich. Jetzt haben Sie heute Morgen schon gesagt, Sie wollen den Menschen in Berlin Angebote machen, statt auf Verbote zu setzen. Ich habe das verstanden als kleinen Seitenhieb auch gegen die Grünen. Mit denen hätten Sie nicht gern regiert? Woanders funktioniert das ja ganz gut. Ne, wir hatten auch sehr gute Sondierungsgespräche mit den Grünen in Berlin. Und ich habe ja immer gesagt, wir werden uns danach entscheiden, wo es die meisten Schnittmengen gibt. Und die meisten Gemeinsamkeiten, die meisten Schnittmengen, auch in den inhaltlichen Vorstellungen, wie wir Berlin gestalten, die gab es mit den Sozialdemokraten. Und wenn ich mal so in die Vergangenheit, in den letzten sechs Jahren mal anschaue, was gerade in der Verkehrspolitik in Berlin passiert ist, das war schon sehr ideologisch geprägt. Da ging es oftmals um Verbote, um Verteuerung. Es ging einseitig gegen den Individualverkehr, sprich gegen das Auto. Und wir wollen jetzt eine Politik machen, die wirklich alle in den Blick nimmt. Wir wollen den öffentlichen Personalverkehr ausbauen. Wir wollen die Taktzeiten reduzieren. Wir wollen unbedingt dafür sorgen, dass die BVG, der öffentliche Personalverkehr, verlässlich ist, auch sicher ist, auch bezahlbar ist. Und wir wollen auch Radfahrer in den Blick nehmen. Natürlich wollen wir auch mehr sichere Fahrradwege in Berlin, gerade in den Kreuzungsbereichen. Aber wir wollen es nicht ideologisch, sondern für alle Verkehrsteilnehmer. Und manchmal hatte man bei den Grünen das Gefühl, es geht in erster Linie gegen das Auto. Und das wird sich jetzt ändern in Berlin. Wir machen Politik für alle. Wenn alles glatt läuft, Herr Wegner, das vorausgesetzt, dann werden Sie auch am 27. April zum Regierenden Bürgermeister gewählt. Mit der Bitte um eine kurze Antwort, was würde Ihnen das persönlich bedeuten? Naja, ich bin gebürtiger Berliner. Ich bin, ja, ein waschechter Berliner, ein Kind dieser Stadt. Bin seit vielen Jahren engagiert für Berlin. Und natürlich, bewegt mich das, wenn ich für die Menschen in meiner Stadt Politik machen kann. Wenn ich dafür sorgen kann, dass Berlin funktioniert. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder Negativschlachzeilen aus Berlin produziert, wo viele in Deutschland den Kopf geschüttelt haben. Und wenn ich mit dafür sorgen kann, in einer starken Mannschaft mit CDU und SPD, dass aus dieser Stadt positive Nachrichten in die Welt gehen, dann wäre ich richtig stolz. Und dann hätten wir eine starke Teamleistung abgegeben. Und das ist mein Ziel. Aber natürlich freue ich mich, wenn es dann klappen sollte. Aber ich sage es auch ganz ehrlich, ich spüre auch die Verantwortung. Berlin ist eine große Stadt, die vor großen Herausforderungen steht. Aber die Freude und der Wille, das zu gestalten, das überwiegt. Wir werden das natürlich im Auge haben, Herr Wegner, und dann bestimmt auch nochmal darüber sprechen, wenn Bilanz gezogen wird zum Beispiel. Vielen Dank an dieser Stelle erstmal für das Gespräch. Ich danke Ihnen.